Es begab sich zu einer Zeit, in der sich alle Autofahrer zu einer Volkszählung begeben sollten nach Bethlehem. Unter anderem Dallucard, Flocke, Kapuze, Pain, das dominante Geschlecht Kapuzenwurm. Das sind aber viele Hirten auf dem Felde, Freunde. Das Neugeschlecht. Man haut mir die Seite weg. Wer ist da als Erster durch die Mitte gefahren? Alter, das war echt gut. Was war das? Das war sick, das war richtig sick. Ich hab's drauf, ja. Was ist denn passiert? Flocke hatte einen 360-Voy-Ride in diesem Mittelgang. Oh, wie sieht's da das geil aus? Kann das gleich einer bitte bei Twitter? Das interessiert mich jetzt. Oh, da passen wir nicht durch! Oh, okay. Ich bin so langsam... Ja, was war denn für? Wann? 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 Anne noch die Einleitung? False beat, yes! Ich erzähl die Geschichte. Ich soll die Geschichte erzählen. Ja, erzähl mehr, Anne. Nein! Alter, mein Auto ist kaputt! Ja, meins auch. Aber irgendwie war das von Anfang an kaputt. Das Auto ist scheiße. Das reicht doch nicht, Anne. Das reicht doch nicht, Anne. Kann ich richtig nach rechts lenken. Oh, Kapuze, dein Forderreis. Sie brachten Senf, Ketchup und Salt als Geschenk. Und Salt. Senf, Ketchup und Salt. Wir haben ja in der letzten Aufnahme gelernt, dass Mayonnaise nicht mehr da ist. Los, Kapuze, das geben jetzt! Mayonnaise ist auch kein Instrument, oder? Nee, nee, nee. Wir haben alle, die kein gelbes Auto haben. Oh, du, ich bin orange, zählt das? Like, wenn ihr liked, weil ihr liken wollt. Oh, Kapuze. Like, wenn ihr atmet. Oh, Mitte! Schieb mich! Schieb mich! Jawoll! Die schmale Pforte führt ins Himmelreich, Freunde. Die sieben Siegel. Kann ich ein Amen? Hör an, wenn ich so was sage. Amen! Moment, das krieg ich hin. Amen! Amen! Praise the sun! Amen! Take me to church! Amazing, great, 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 great! Tony and Mike! Jetzt geht's richtig rund! Jetzt geht's ab! Ich bin ein Hund, ich mag Stöckchen und Schöckchen. Oh no! Ich hab die Flotte. Ich hab die Flotte. Los, Kapuze, da vorne, den machen wir fertig, weiss das! Hau ab, Alter! Los, kapuze! Drei Runden! Dann ist es okay. Lass mich wieder vorfahren. Ja, go! Achtung! Tag, wo ist es denn da? Ja, ist alles easy, ja! Mein Vorderrad ist kaputt. Mein Vorderrad ist kaputt. Mein Vorderrad ist kaputt. Das ist, das ist eine gute Ausrede. Oh, aber wenn man da durchfährt, kennt ihr den Italian Job? Muss ich immer daran denken, wie die mit dem kleinen Mini durch diese Enge kamen. Hallo, nicht hüpfen, du kleiner Arsch. War ein froher Job. War ein guter Job. War ein guter Job. Kapuze kennt das mit dem kleinen Mini. Ist, ist Mitte nicht gut? Hä? 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 Alter, diese Kurve, die letzte von dem Ziel, ne? Hätt ich kein kaputtes Auto gehabt, hätt ich das gehabt. Bitte? Hätt ich kein kaputtes Auto gehabt, hätt ich das gehabt. Äh, sind drei Runden okay oder soll ich die vier lassen? Waren sie rein? Bitte? Mach acht raus. Okay. Mit Monster. Ohne Monster Trucks. Ohne Kontakt. Mit Kontakt. Das hat mir jetzt voll spät gesagt. Ich würde das gerne mit einem Airbus fahren. Poolbus. Airbus. Und, ja. Flixbus. Ich will den Bus aus Fortnite. Hashtag Werbung. Entschuldigung. Was hast du denn? Ach, hier unten kommt man lang, wenn man Mitte fährt? Lol. Wir könnten den Bus aus dem Bussimulator nehmen. Der ist so verbuggt, dass er durch die Wende kommt. Finde ich gut. Ja. Was soll ich sagen, Leute? Ein Bürger schafft es nicht bis zur Volkszählung. Er wurde vorher aufgehalten. Wird der trotzdem mitgezählt? Von der Kapuzen. Wie denn? Ja. Ja, aber wenn andere Leute sagen, hey, der ist... Moment, wenn er gestorben ist, dann zählt er noch nicht mehr dazu. Er ist doch noch nicht angekommen. Keiner hat gesagt, er ist gestorben. Cool. Sie sind nicht wählen gegangen. Sie sind offiziell tot. Danke. Das Typ kommt nicht zum Termin. Dead escalated quickly. Sie hatten einen Arzttermin, haben den nicht wahrgenommen. Sie sind hier mit enteignet. Okay. Okay. Amts- und Termin war genau, okay, kommt es nicht. Ein bisschen extrem. Der arme Teufel. Äh. Achso, ist Point to Point. Äh. Nö, drinnen. Äh. Wir nehmen den Omnis. Ja, schönes Auto. Omnis, Momnis. Wie? Omnis, Momnis. Ja, ich versuch mich hier fort zu konzentrieren, den Job gut zu machen. Fork, was? Haben wir das? Alter, haben wir das? Hier gibt's keine Konzentration. Wir spielen heute mit Autos und Alkohol. Oder heute auch das hat man nicht genommen. Wie? Du brauchst halt nicht arbeiten, oder Flagge? Ist nicht an dir... Noch zu viel Lebensenergie. Nee, keine Beziehung für mich, Hans. Schön, ne? Ich hab dir dein Viagra auch nicht mitbringen können, Otto. Echt nicht? Weißt du, was machst du denn da jetzt? Ja, nix. Deinen Freund oder sicher welche? Ja, nix. Mein Freund. Lineal. Ja, nix. Wo, wo, ey. Wo ist denn Alex halt eigentlich? Der kam nicht. Komm, geht's um Viagra, geht's um Alex. Was? Du rückwärts halt, du schlagende Katze. Ich mach vorne. Zähl mit Alten, zähl. Ich zähl nicht. Ist ja langweilig. Oh, warte mal. Ich muss mich kurz stabilisieren. Wir waren gerade bei der Karte. Wir sind halt aufgewickelt. Wickel, wickel. Wickel, wickel. Was war das? Aber nicht der. Was war das jetzt? Komm, das war dumm. Ich geb es zu. Das war kein Alten. Was war dumm. Was hat das denn in der Geschichte auf sich? Oh fuck. Weißt du, wie ist das Träger mit? Das ist übrigens Teil 2 von der Geschichte. Nennt sich die Flucht. Die Flucht ist enteignend. Aber Anne, du bist doch schon tot. Du bist doch enteignet. Du warst nicht da. Vor allen Dingen, sie hat die Geschichte. Aber Moment mal. Wie kann sie die Geschichte erzählen, wenn sie gestorben ist? Ich bin die Stimme aus dem offensichtlich. 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 Sie wurde im dritten Teil wiederbelebt für einen Plot-Hol. Das ist wie bei Supernatural. Dann ist der Tod irgendwann aber nicht mehr final. Dann versucht man den Tod wieder final zu machen. Dann tötet man den Tod. Anne. Es wäre besser für dich, wenn es das letzte gewesen wäre. Du bist nicht final. Ist nicht final. Du. Nicht final. Machen wir wieder einen offiziellen Gewinner? Nein. In alle nicht final. Wir haben jetzt gerade offiziell die Regeln aufgehoben. Welche Regeln? Wir hatten Regeln und welche haben wir aufgehoben. Oh Alter, mir tut alles weh. Wir haben sie jetzt offiziell aufgehoben. Inoffiziell waren sie nie an. Ich hab morgen Muskelkaterisch lachen, ey. Wie ihr, du Muskelkater? Oh nein, 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 nein. Was? Und die Biaka? Scheiße. Ey, den Muskelkater kannst du Items abgeben. Was? Warum brauch ich einen Muskelkater? Also so nötig? Muskelkater ist auch muskulös. Ja, aber sowas so nötig habe ich auch. Und mein Auto ist kaputt. Na super. Hallo da, hallo. Ja, mein Auto fährt nur noch 30, obwohl ich es zurückgesetzt habe. Dann drück aufs Gas. Was? Guter Tipp. Was sind das hier? Drück den Stick und alles. Ja, das wäre schon treuig, wenn du jetzt letzter willst. Das wäre mein Live. Was? War ne geile Abkürzung gesehen? Ne, hab ich nicht. Ich hab ja in dem Moment ein Pre-60 gemacht. Warum bist du denn raus, du Bobo? Jawohl, kaputt's auch immer. Jawohl, Mittelfinger. Also Brozis Fisch klingt auch böse. Was sollst du das denn? Ich weiß nicht was du... Was sollst du tun? Ja, ich stehe hier so n bisschen rum. Mein Motor ist leider ausgegangen. Kannst du Stardust geben? Ja, warte. Pirscht mich ran. Kaputt ist eh, Polize. Kaputt macht dich fettig. Hier, guck. 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 War guck nicht ein Hahn auf Schwedisch? Das ist wohl nicht gut, ey. Wie so guck? Keine Ahnung. Ich persönlich spreche auch kein Schwedisch. Pass auf. Kommt gleich der Lederlappe. Was ist ein Lederlappe? Ein Lederlappe. Ein Lederlappe. Superjump. Es wird sich wohl kein Winschatten. Ich glaube das war nicht gut. Ich hab kein Winschatten. Ich auch nicht. Oh doch, es war gut. Aber komm, dann gönnt's schon immer noch leicht. Jedes Zielfahrt. Ja, aber Point to Point. Oh Leute, 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 Leute. Ich kann Saldos machen. Ich kann Saldos machen. Wo flieg ich hin? Wo flieg ich hin? Wo flieg ich hin? Da fliegst du schlecht. Ich flieg gut. Ich mach einfach so, dass... Oh verdammt, das ist ne coole. Jetzt musst du rechts hoch irgendwie. Bin unten. Jetzt mal von zwei Bäumen gerackt. Moment. Ich krieg das hin. Gerackt. Ich muss wenigstens nen schönen Salto machen noch. Doch ich krieg noch nen Salto hin. Komm, nen Salto krieg ich noch hin. Nein, du bist da schon vorbei. Ist noch 5 Sekunden. Komm, nen Salto. Einen Salto kriegst du noch hin. Einen Salto krieg ich noch hin. Einen Salto krieg ich noch hin. Einen Salto krieg ich noch hin. Was sind wir denn noch in die Luft gekommen? Kapuze, bist du irgendwie mad gerade? Nee, bin da. Aha. Oh, bist du so ich? Kapuze hat ein Müsli vor sich liegen. Der ist. Der sieht gut aus. Ja, machs Fenster auf Kapuze, dann geht's wieder gut. Der sieht trotzdem gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Das wäre natürlich schlecht, wenn das so ein Müsli kann. Wollen wir dran? Amen, ne? Ja, also, ihr Lieben. Schaut bei den anderen vorbei. Denn ihr habt überlebt. Sie wurden gezählt. Und das ist das Ende dieser Geschichte. To be continued. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.